wir kriegen wir kriegen wieder ein paar hallus ja da unten können wir krabbeln habe ich gerade gesehen es liegt nichts hier warum warum also musst du wohl krabbeln ja ja ich muss da rein okay ist ja kein problem und da wieder runter oh gott hui ist es wieder dunkel da liegt eine batterie ja aber auf der anderen seite das heißt du kommst doch bestimmt noch vorbei ja ja genau das ist der raum wo wir einmal rumlaufen müssen oder geht es runter nee das ist nicht schlimm wir müssen hier nicht rechts sondern links dann kommen wir zur batterie und da kommt auch keiner hinter dir ich habe das damals im let's play gesehen ich weiß was ich hier mache glaube ich so da batterie und dann gehen wir zurück genau dann da lang und dann würde ich sagen gehen wir hier lang ich meine wir können auch jetzt erstmal wieder tauschen nee nee du hast noch fünf Minuten woher weißt du das sagt meine u ja 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 du hast noch fünf Minuten dann mach das noch zu ende oh wei ja unser freund ist hier ich glaube du musst da hoch oder nee kannst ja gar nicht da hoch ne aber unser freund ist hier was ihn gehört ja hast du das nicht gehört gerade nein der läuft hier rum ich glaube da hast du ne weiß ich nicht ja die laufen alle weg ja besser besser für die so erst mal hier gucken dann in die andere türe rein okay boah wie schnell die batterien leer gehen was ist los ja das ist noch auch normal ja nein natürlich spielen wir auch wahnsinnig hallo ja klar hier der speil kleiner drecksack hier reiße ich die eier ab irgendwann wo muss ich denn hin lauf 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 links 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 da lang genau gerade raus gerade aus und springen da rein in die tür oder da lang genau ja kannst du auch ja da links junge 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 übertreibt der ein bisschen der geht nur auf die eier aber wechsel mal lieber die batterie ja genau denn ich wechsle jetzt auch den controller das ist doch nicht dein ernst oder? klar ist das mein ernst so ich wechsle kurz und dann kannst du dich eigentlich austoben was heißt denn die austoben? ja kennst du doch ich kann ich sag dir gar nix hör auf ich hab Angst ja genau mach das immer so dass du immer so stückchenweise sagst ja komm ich mach die Nachtsicht an und dann guckst du einfach mal na geh mal links erst ich glaube da war es hell da kannst du glaube ich so hinlaufen nee ist rot ja aber rechts das hast du jetzt gar nicht mitbekommen oder? nein oder hast du es ausgeblendet? da stirbt doch gerade einer dreht das gas ab ja hier war aber kein weg ne? mh da aber das fenster da kannst du glaube ich durch oder? ach ja aber ich krieg Panik naja so schlimm ist halt nicht müssen wir hier lang? keine Ahnung keine Ahnung lauf da ist der Koch guck einfach guck erstmal ob du hier Batterien findest nein ey was für ein Penner da musst du kriechen ah guck mal der ist ein bisschen bekloppt da blinkt ein Moment ja Moment blinke Licht ey ich brauch ne Weile du brauchst sehr lange ja ich hab das Gefühl wenn ich das drücke kann man das drücken? ne weiß ich nicht aber vielleicht sollten wir uns das merken 237 ich glaube ich muss da lang ja wer weiß wer weiß für was das gut ist aber ich glaub wir sind auch im richtigen Wege ja auf jeden Fall ich krieg hier noch Hallos ey na läuft doch gut im Moment wir sind bis jetzt erst einmal gestorben guck mal ob du da reinkommst warte mal nach rechts die Türe nein ok so gut dann dreh dich mal wir müssen in eine andere Richtung oder? ne da war ja nichts hier bist du von da gekommen? ach die Tür geht auf guck mal rechts hm da ist so ein Licht ja die Frage ist was hat das immer zu bedeuten ne? mein Controller vibriert wieder ne verstecken sollst du dich ja nicht aber hier ist gar nichts ne? ne weiß ich nicht ne weiß ich nicht also äh hier ist auch im Moment gar keiner aber vielleicht ja ich hab aber das Gefühl dass da irgendwo einer ist ja konntest du da oben rein oder so? ne ne das ist nur für die Lüftung da ok gut ja dann geht er mal raus und dann ich hab Angst was wenn der ist hier irgendwo? nein noch nicht da kommst du bestimmt rein e genau ja aber deswegen e 37 war das oder? ich hab keine Ahnung ich mein hier ist ein Knopf kann ich ihn drücken? ne ne aber e 37 musst du wohl drücken mal gucken was an der Türe e 25 ok hm ich mein da kommt man hoch ja ne warte mal da kommst du doch nicht hoch hm echt? ja ja jetzt kommst du in den äh anderen Raum wieder raus ah was war ne warte mal das bringt ja das bringt ja ja nix ja wofür haben die das denn gemacht? ja bestimmt da kannst du dich bestimmt verstecken oder so wenn der ja dann geh ich wieder zurück wenn der da nochmal um die Ecke kommt oder so das heißt der ist hier irgendwo ne doch lass uns mal gucken wo wir den Raum finden geh mal geradeaus richtung richtung licht da hinten ja ist ja gut ja hat nur noch eine Batterie ja soll ich einfach laufen und weggucken? aber das bringt ja auch nix ne du musst mal auf die Türen gucken welche äh nummern das sind guck mal rechts e 34 aber mach mal auf mach mal auf da könnten ja Batterien drin sein ich geh jetzt hier hoch so warte mal so wenn du dich auch mal umgucken würdest wäre das gar nicht verkehrt nein ok hier müssen wir runter was ist denn das hier für ein Raum? ja weiß ich nicht steht draußen an der Türe aber sehr wahrscheinlich musst du dahin wo das blinke Licht ist ja das kann gut sein aber lauf erstmal den Gang runter ich hab Angst nein ob da hinten Batterien sind also ich hab keine Batterien jetzt darfst du dich verstecken der kommt mach die Türe zu nein geh da oben geh da oben rein ja jetzt geh geradeaus weiter nein ich bin runter gefallen versteck dich mach mal die Nachtsicht aus oh ja der kommt da rein ja der kommt da musst du bestimmt gleich links ich glaub nicht dass der uns findet komm doch rein hä? ne der ist weg hm ich hab dir gedacht der kommt hier rein ja hab ich auch gedacht ja aber ich würd sagen geh einfach mal raus und links die Türe von dir guck erstmal ob was liegt boah eine Batterie nur noch das wird hart das wird hart ja da da das sieht doch gut aus boah das fl- wechsel die Batterie flattert hier wieder so ja dann bin ich boah letzt boah scheiße ne da kommt keiner oder? ne ne da kommt keiner ach wo waren jetzt hier diese Kacken hier äh geh einfach mal da raus ich geh mal davon aus dass wir geh mal da geradeaus was ist das für ne Nummer? ja ok dann sind wir irgendwie ein bisschen ein bisschen falsch wie war nochmal die Nummer? 237 meine ich hier ist 241 ja du musst den Gang da runter mach mal Nachtsicht aus ja geh einfach mal boah der Schatten ah geradeaus ja ich hab Angst du bist in der Küche da müssen wir mal gucken ob wir hier Batterien finden da liegt eher wie so ein Labor aus ja da liegt aber was ja die Küche Labor da liegen hier ernsthaft keine Batterien? aber hör mal hin wohin? nein du sollst mal hören dieses Rauschen ja ich hab ja den Fernseher leise gedreht ich hör ja nix ich krieg ja nix mit achso ja das ist natürlich schlecht ja und das bei Outlast ja aber hier ist glaube ich der Knopf dann kannst du da ähm hau ab das ist mein Platz ja mach doch mal Licht an da eine Batterie ist da auch ein Schalter oder so? da haben wir uns jetzt hier verlaufen ich glaub nicht ne ach die Tür geht auf ja sind wir einfach außen rum gegangen oder? ach ne wir müssen trotzdem noch das Gas aktivieren stimmt wie kommt halt da gar nicht vorbei oder? geh mal vorbei doch das klappt ja ja aber ähm da ist ne Tür dann warte mal ab F F da ist der Schalter oder? ne da ist noch ne Batterie er kommt wieder warum weißt du das? äh ja versteck dich ok Hilfe also er hat gerade mit dieser kommigen Säge wieder rum gespielt oh aber ich hör im Moment nichts ich würd sagen geh da mal raus und geh mal hinten durch die Türe mach die Kamera wieder an ich mein der ist da irgendwo und wartet ja der läuft das sag ich dir jetzt direkt der läuft hier in dem Raum rum du musst ähm jetzt zu nem Punkt laufen wo du oben irgendwo hochklettern kannst ja hier in so nem Gang ist das ungefähr da kommt er hat er nicht gesehen? ja ja lauf du musst irgendwo in den Gang finden wo du hochklettern kannst das ist nicht hier ne der holt dich da raus der holt dich da raus nein ok gut ne das ah siehst du da vorne ist der ja da kommt er da kommt er der guckt jetzt ich warte noch kurz ein paar Sekunden sonst ist er ja direkt vor meiner Nase ne weil da wo du hochklettern musst das ist ein Gang wo links und rechts auch diese äh Plastikdinger wo abgeklebt ist also hier Quarantäneraum also vom vom Flur halt ja genau du musst gucken da ist so ein Flur und da kannst du irgendwo drüber klettern abbiegen oder? ach so drüber klettern ne da kannst du drüber klettern das ist dann auch so ein schmaler Raum da kommt der nicht lang musst du mal gucken ne weil der läuft jetzt hier in dem Gang rum und äh ja der ist auf jeden Fall bei dir irgendwo in der Nähe ja weit kann er ja noch nicht gelaufen sein die Frage ist halt wo wie gesagt wenn er dich sieht und so und wenn er dich stört ist ist sie ja ja genau geh mal da gerade aus der ist irgendwo in deiner Nähe ja 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 ich hab Angst guck mal links hier guck mal rechts die Kisten da ob das was da nicht mach die Türe auf warte mal hier war ja nichts ne warte mal ich mach mal kurz die Kamera aus mhm ne da ist auch glaube ich auch keine Batterie hab ich aber auch nicht gehört oder ne aber du musst da würde ich sagen raus und dann da ist ja da war ja noch so ein anderer dunkler Raum ja ja ich ach du der ist irgendwo bei dir in der Nähe stimmt gerade aus wie gesagt irgendwo da wo du jetzt so bist da ist so ein äh dinge da kannst du hochklettern hier? ne 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 das muss irgendwo in dem Gang sein auch vor so einer Schleuse ist das ne hier mal rein da rechts rechts was liegt da? ne Batterie nimm sie mit ich hab Angst wenn er jetzt da ist und ich nehm die Batterie egal nimm die Batterie mit und dann wenn er kommt dann kommt er weiter genau komm mal links da ja ja also das sind alles nur hier Räume ja genau geh mal kurz wieder runter und wechsel mal kurz in die Batterie du bist boah ich würde die aber doch weiter benutzen äh warte mal warte mal wie viele Minuten haben wir noch? ich weiß gar nicht ähm soll ich mal gucken? ja bevor das hier einfach zu Ende ist so ich gucke ähm wir haben noch elf Minuten elf Minuten okay so such dann jetzt noch den Ausgang ja also der muss irgendwo hier in so einer kommigen Schleuse sein da kannst du drüber klettern er ist sehr nah bei dir aber wieso sehe ich denn keinen? ja also die Räume die haben wir überprüft die haben wir genau der ist da vielleicht irgendwo der hält der läuft links in dem Raum von dir da läuft irgendwo so eine Patrouille hier ich muss ja da lang da ist er da ist er geradeaus hab ich gesehen? weiß ich nicht glaub nicht ne heißt ich geh geduckt? ich kann dir aber auch nicht sagen wie der geht geh einfach mal weiter kann man hier lang? ne da bist du von da bist du doch gekommen oder? aber geh mal da rein geh mal da rein lauf der hat dich gesehen ja ich hab's gehört rechts 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 und da hoch da hinten hoch ja perfekt puh ist der jetzt weg für immer oder? ja ich weiß es gar nicht mehr ja das ist die große Frage ne du kannst ja runter ich mein der ist jetzt erstmal wieder weg ne der ist immer noch da Gasraum du bist aber richtig du bist aber richtig da ist da ein Schalter mach mal die Nachtsicht aus da und ich glaub und ich glaub links ja super ein Erfolg bekommt und links da müsste ein Batterie sein geradeaus wie ist die Batterie ja genau so die Frage ist was haben wir jetzt gemacht können wir jetzt durch diesen einen Raum? ja genau wir können jetzt so lang ja gut aber ich würde sagen dass wir hier erstmal Feierabend machen mit dem Part ja genau ist ja ein guter Punkt hat der gespeichert grad? ja genau ja dann würde ich sagen machen wir hier mal Feierabend ne genau bis zur nächsten Folge dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder genau bis dann so bis dahin tschüß